So fördert Brokkoli die Fettverbrennung. Im Brokkoli ist ein spezieller sekundärer Pflanzenstoff enthalten. Er heißt Sulforaphan. In deinem Körper aktiviert Sulforaphan ein spezielles Protein, das NRF2 heißt und einen sehr großen Einfluss auf deinen Stoffwechsel hat. In deinen Zellen befinden sich nämlich kleine Kraftwerke, die den ganzen Tag Energie für dein Leben herstellen und dabei Kalorien verbrennen. Diese Kraftwerke heißen Mitochondrien. Die Aktivierung von NRF2 führt jetzt dazu, dass deine Mitochondrien stärker einheizen. Sie produzieren mehr ATP, das ist die Energiewährung deiner Zelle, und brauchen dafür auch mehr Kalorien. Über diesen Umweg kann NRF2 auch die Fettverbrennung fördern. In Studien mit Mäusen konnte es außerdem vor Übergewicht schützen. Die Mäuse haben dabei eine spezielle kalorienreiche Ernährung bekommen, von der sie normalerweise stark zunehmen. Diejenigen Mäuse in der Versuchsgruppe, bei denen NRF2 aktiviert wurde, haben nicht so stark zugenommen. Die erwähnten Studien habe ich dir im Text zu diesem Video angegeben. Wenn du auch mehr über Sulforaphan und Brokkoli erfahren möchtest und welche tollen Wirkungen die Inhaltsstoffe deiner Lebensmittel auf deinen Körper haben, dann schau dir auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. In einem Video verrate ich dir auch, mit welchen Tricks du Brokkoli so zubereiten kannst, dass er mehr Sulforaphan enthält. Und wenn du Lust hast, die Macht der Ernährung an deinem eigenen Körper zu erfahren und zu erleben, wie fit und energiegeladen du dich fühlen kannst, dann geh auf foodpunk.com und lass dir von unseren Expertinnen und Experten einen individuellen Ernährungsplan für dich erstellen. Und dann schau dir auch, mit welchen Tricks.